Heyo Leute und willkommen zu einer Testrunde von einem neuen Spielprinzip, bei dem wir anfangs keinen Namen wussten und später erst einen Namen gefunden haben. Wie das neue Spielprinzip bald auf unserem Server heißt, erfahrt ihr im Video. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und ihr seht jetzt nach dem Intro das Video. Intro ab! Der Gomme Team Troll extrem. Ich wäre ja immer noch dafür, dass Gomme jetzt mal stirbt erstmal und danach fack. Wie weißt du, ich bin auch hinter mir. Oh Gott, wie der Server legt ey. Das hättest du vielleicht nicht sagen. Ja stimmt, der Server hat auch gelangt. So Niko, das kriegst du zurück. Ich bin so gelade, dass ich Gomme einfach nur noch zerträgt. So gemessert. Ich bin schon wieder bei null Punkten. Gomme, du bist ja auch schlecht, schlecht. Alter, nur noch Spawncamper hier. Boah, diese scheiß Axt, ey. Wenn ich aufnehme und davon mehr als dreimal getroffen werde, dann ziehe ich der Computer durchs Zimmer ein. Du selbst eigentlich klappwert ist zu sehen. Ja doch ich. Genau, Timmy. Du kannst die Aufnahme nennen. Neues Spielmodus Admin, ähm Team, ähm Team, ähm Team. Hä, Alter, allmö, Hacks von der Erden. Bip, Gomme, du bist dein Sp... Alter. Du weißt auf jeden Fall, wie wir uns aussprechen. Bip, Gomme, ich muss immer öfter sagen Trollalalalalalalalalalalalalalalalalalaa. Bip, Gomme, geht sterben. Ja, dann willst du wirklich auch weh kriegen, ne? Ja, ich auch, Alter. Dein Name wird nicht in die Zeit, Alter. BEEP 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 Oh Alter hier nur 25 Punkte, ist das zu glauben ey BEEP Weil ihr nur auf mich mit diesem Teil gehen Ich versuch definitiv zu spielen, ich werd trotzdem mit dem Teil abgeworfen Ey ich hab auch nur, ich hab auch nur 14 Punkte Alter Pat du und so BEEP Alter Tera 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 du sitzt schon seit einer Viertelstunde diese Ecke von Bitter Wir brauchen auf jeden Fall ein BEEP BEEP Ich bewegt mich da echt ey Du musst das fucking Rage Mode nennen Danke GOMM Ich hab gar nicht schon gemacht BEEP Der Server er lagged BEEP Oh Mann Oh Tobi ne Schaule ist das Schlecht jetzt meine Empfindlichkeit runter auf Ich hab den grad dreimal ges... BEEP GOMMETE STANNEST grad so schön da, tut mir leid LOL Schaule hat doch nen Aimbot, ne ganz ehrlich Nico auch Ja ich hab Aimbot Ich hab Aimbot Ich hab Aimbot Ist klar Ich hab übrigens 740 Punkte BEEP Alter das gibt's doch gar nicht Muss wie du das zum Spaß Ja ich weiß Einfach nur die meisten am Spawnpunkt campen BEEP Ich bin da gestoppt BEEP Ich bin da gestoppt BEEP BEEP Ja komm mal auf der größeren Karte wird das auch nix ey Bleibs dann da auch noch mehr stecken als eh schon BEEP 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 Ich glaub ich kaufe noch ne Tastatur Bei dem Spielmodus geht echt noch eine kaputt BEEP Er fliegt gleich echt ne Tastatur Ich stell mir doch jemand auf Hallo Nein keiner nimmt auf Hitz der Aufnahme aus BEEP 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 Ja du standst halt rum ne das BEEP You were kicked from the server Ja kick mich doch noch ey Schuldig BEEP 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 Du hast du gerade hier mit der Tastatur eben aufgenommen oder? Ey ich kann nicht mehr nach vorne laufen Ich kann nicht mehr nach vorne laufen Scheiße BEEP 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 Fick nicht, Smoothie! Fick nicht! Komm, bleib stehen! Komm, treme ich nicht in dich, Smoothie! Mann! Batschkoto, hast du einen tollen Spielmodus hier programmiert, man! Wegen dir müssen wir tausende neue Tastaturen kaufen! Bei dem Spiel, irgendwann wird Batschkoto sich entmuten und ausrasten, ey! Ich seh schon, ich seh schon, irgendwann wird das passieren! Ja, einfach mal, die Computer zusammen kaputt machen! Oh, scheiße! Tobi, 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 Tobi! Jetzt gehen die Extraschiffen hier doch! Nein! Junge, ich hab daneben geschossen! Wie war das daneben? Alter, entweder ist es noch so magersüchtig, dass er da... Warum? Junge! Alter, Batschkoto! Junge, ich hab daneben geschossen, wie war das daneben? Ja, stimmt! Alter, entweder ist es noch so magersüchtig, dass er da nicht klappt, oder... Bufi! Ich hab dich gesehen, Tobi! Ich hab dich gesehen, Tobi! Widerstand! Nein! Ich hab dich! Bufi! Fick dich selber! Bufi! 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 Nein, ich hab gesagt nicht! Warte, ich... Scheiße, wie geht die Leertaste da wieder rein? Bufi! 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 Kuhl- Kleiner Nudelholzner! Bufi! Bufi! Finch! Nein, ich bin geläftet! Ein Schwules ist Dustin! Ich schalte einmal dann wieder danach ein, ne, und dann so, wie? Milchbubi, du bist wieder hier? Bist du etwa Freaks IP? Und bei mir kommentieren die Leute wieder, bist du Milchbubi? Natürlich ist er Milchbubi, natürlich ist er Milchbubi. Da bekommt man den, warte mal. Ja, hört man ja. Warte mal, warte mal. Warte noch ein, dass man automatisch respawnt. Ja, genau. Ich hasse dich. Nein, Pinzern, du Hohensohn! Oh! Wie wird man einen belieben Alligator? 310 Punkte, Alter, schweiß ich doch. 310 Punkte und immer noch nicht einen Platz unter den ersten drei, was? Wie gut seid ihr denn? Kombe, 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 sein. Also ich war also der erste Punkt, dann hatte ich einmal 425 und jetzt mittlerweile... Piep! Piep! Ja, dann ist er wieder rausgeflogen. Piep! Das war so klar, Lief! Du bist so ein kleiner! Du bist so ein klein! Das ist ja... Alter, das ist... Du bist so ein klein! Tier flaps ist droger petites, wie? Dr. K�ar Kferkuk Secchioltany! Absicht auf, wieậ! Oh, danke für die ganze Zeit! Oh, danke für dich! 열, geht doch! Du bist so ein kleiner! Du bist so checkierst, was sie zum Eagle. Du bist so rein! deuts sind wir gleich? Du bist so ein kleinerblick im Radio. foodoping! Vielen Dank.